So, mit herzlich willkommen bei Dreadnought. Wir machen wieder, wie jemals so vor, wieder Umschlaf und natürlich wieder mit 3.500 Punkten einnehmen. Ja, mit dabei ist auch wieder der Deadly Sin. Eine Party, allerdings ist er gerade nicht da und... Deshalb werden wir mal kurz alleine sein. Aber macht hier nichts, oder? Ich denke nicht. Ach Gott, warum muss man so viel schreiben eigentlich immer? Oh Gott! Die gesamte Gegner wird für Flotte. Zwischen, die gesamte Gegner wird für Flotte. Ja, mal klar, es ist ja sicherlich alle da hinten, oder wie? Volle Energie auf die Manöver düsen. Und falls es euch interessiert, ich habe ein Bord besprungen jetzt wieder. Das heißt, wir springen uns jetzt wohin. Äh. Atom-Spreng-Kopf auf Find aufgeschaltet. Hi, Captain, wird aktiviert. System erschöpft. Aufladung beginnt. Ja. Wir machen sie wieder. Das war schon fertig. Waldschuss ausgerichtet und feuerbereit. Alle Waldschuss starten. Wir wurden getroffen, sofort Schreibungskontrolle einleiten. Oh, scheiße, ich muss runter, ich muss runter, 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 runter. Sprung abgeschlossen, wird neu aufgeladen. Oh, super, mein Freund, ja, super. Ah, scheiße. Ach, ich dachte, da hab ich schossen. Ich muss durch, du bist ungewohnt. Ich habe keinen Schutz mehr. Das war's, abgebraucht. Wir wurden getroffen, sofort Schreibungskontrolle einleiten. Volle Energie auf die Manöver düsen. Abwehrsysteme aktiviert. Ah, viel zu viele Schiffe hier. Lass uns von hier verschwinden. Abwehrsysteme bereit, Captain. Sprung abgeschlossen und wird neu geladen. Volle Energie auf die Manöver düsen. Volle Energie auf die Manöver düsen. Ziel aufgeschaltet. Kommt sofort. Wir haben nichts mehr übrig. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Stehen unter Beschuss. Abwehrsystem wird eingesetzt. Weiße Raketen haben Ziel erfasst. Alle Weitschaft starten. Hauptenergieversorgung aufgefahren. Ja, Scheiße. Ja, ist nicht gut gelaufen. Es ist überhaupt nicht gut gelaufen. Überhaupt nicht. Ah. Volle Energie auf die Manöver düsen. Feindliche Raketen werden aktiviert. Wir haben das Ziel erfasst. Feindliche Raketen wird aktiviert. Feindliche Raketen. Sprung abgeschlossen. Lege jetzt wieder auf. System erschöpft. Wird aufgeladen. Feindliche Raketen sind unterwegs. ich bin aktiviert mehrere treffer reparatur teams sind im einsatz nanananananananana scheiße ja ja volle energie auf die manöver düsen aufgeschaltet feuer frei mautherraketen haben freie bahn system erschöpft ja scheiße die kommen viel zu nah alle weiter starten ja 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 auf gehts ach so das schiff ist besser sag mal hallo so mit einem scharfschützenfeld rein ist ganz schlau was willst du ja schon wieder wieder in aufnahme ja deswegen habe ich gesagt ich muss weg hier schneller nein verstanden Ahhhh. Meinst du tot? Nein, noch nicht. Ich dachte tot, weil... so still. Nein, nein. Ach, da hinten sind sie. Ahhhh. Nein, nein. Spannend, wie du es bist. Ja. Ah, scheiße. Naja. Hm. ... 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 Natürlich, wieso sollte man wiedergelegt werden in dem Spiel? Macht doch keinen Sinn. Ja, gell. Volle Energie auf die Manöver düsen. Feindliche Arkeennehmer zu Käpt'n. Stehen unter Beschuss. Abwehrsystem wird eingesetzt. Alter. Ich spawne und krieg mir Schrotz in die Fresse. Ist okay. Das gibt's noch nicht. Das gibt's noch nicht. Direkt jetzt, du scheiß Schiff. Kommt schon, so knapp, so knapp. So knapp. Mal schauen, ob ich mit der Helle Riegel noch spielen kann. Das Ding ist richtig krank. Wir joinen dann nachher in eine andere Party rein, gell. Wieso das? Weil der HTS, der HTS voran ist. Alles klar. Morgen. Morgen. Die Automatik hast du keine Chance. Im Nahkampf ist verkrankt. Was gewinnt die sogar noch, die Schweine? Ich spiele jetzt Automatiker. Falls deine Zuschauer wissen, was das ist. Das ist ein sehr unfaires Häuserkampfgewehr. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, was mein Team wieder macht. Das weiß ich auch gerade nicht. Wir haben... Wir haben... Wir haben... in Führung, in Führung, in Führung. Haben Tropfen verkackt. Führung. Sorry, mein schwarzer Humor. Oh, mein Gott. Und dann ist es... Und dann auch so knapp. Er hat mich nicht mal bemerkt. Und dann auch noch so knapp, hey. Ich glaube sogar nicht. Ja, gut. Dann war es das wieder für diese Folge von Red Knot. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. Bis zur nächsten Folge. Wenn es fast... Ja, genau. Wenn ja, einfach mal wieder in der nächsten Folge von Red Knot Overwands. Oder was weiß ich. Was gerade hochkommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao.